So, da ist der Dirk, das ist der, der hier das Ganze Bier anschleppt. Das eigentliche Problem, was wir haben, ist das Mädchen und das Mädchen und die Lenker. Die scheuen ja nämlich auf meinem Hänger aufeinander. Jetzt haben wir hier die Leiste runtergenommen. Da sind die Löcher. Wir sind jetzt dran und wollen eventuell neu buchen. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber wir versuchen es einfach mal. Ja, mit deinem Baum. Boah, jetzt wird die ganze Geschichte fachmännisch erleben. So, alles gepackt. Jetzt kann es endlich losgehen. Tschüss. 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 Hm. Ich glaube, wir haben jetzt den Schuldigen für das Wetter gebunden. Ja, das scheint so. Immer wenn du fährst, ist riesiges Wetter. Nebel. Nebel, fehlt nur noch der Streb. Ja, wenn ich fahre, dann ist schönster Sonnenschein. Und wie ist es, Woggo? Nebel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020